Willkommen zurück zu Star Fox Adventures! Seht ihr das? Ich hab endlich das Benzinfass. Nach nun fast schon... Ja. Jahrelangen Versuchen. Allerdings frage ich mich jetzt, wie soll ich das hier... Ich meine, ich kann's ja nicht werfen. Absetzen mit A. Okay. Wenn dem so ist, ich dachte mit A wirft man. So, das komische Ding soll zum Abholen. Jetzt hab ich schon 8 Minuten lang das Scheißdreck gemacht. Okay, was machst du jetzt damit? Zeig mal her. Was bewirkst du? Ach, du bringst es nach oben. Na, das ist jetzt so alles. Oben war ja der Riss in der Schüssel. Und deswegen können wir da oben jetzt damit was anfangen. Endlich. Ich hatte den Part schon mal angefangen. Ja, deswegen hab ich auch schon ab 8 Minuten aufgenommen. Nur nach all den neuen Game-Overs hat das dann keinen Sinn mehr gemacht. Wo steht denn mein geliebtes Fass? Da steht's. Und wenn ich jetzt damit irgendwie stolper oder einen Scheiß mache bei dem Feuer, glaubt mir dann, bin ich reif für die Klapse. Oh ja, noch reifer halt. Ihr versteht mich. Bist du noch alle von derselben Sorte? Hau ruck! Okay, cool. Energie für alle. Das ist gut. Denn die musste ganz schön leiden. Und ab dafür. Okay, jetzt können wir da weitergehen. Cool, cool, cool. Wo genau war das noch mal? Ich sehe, diese Brücke ist weg. Oh danke. Bleiben wir ein bisschen im Dingsbums stehen. Ja, das ist der Begriff Firefox. Bekommt eine völlig neue Bedeutung. Äh, ja, nee, ist klar. Wir müssen hier wieder die Treppe runter. Die Leiter. Schon ein großer Unterschied. Leiter und Treppe. Ja. Und, wo ist das? Hier in der Nähe. Erstmal Energie holen. Ganz klar. Da kommen wir jetzt endlich lang. Ich wollte gerade sagen, die Dinger kommen aber nicht zu mir. So, soll man denen folgen oder soll man eher die andere Richtung gehen? Ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht erstmal da gucken können, müssen, sollen. Na, jetzt haben wir auch das Gitter mal gemacht. Und dann können wir zur Kanone. Cool, cool, cool. Aber ich gehe trotzdem mal weiter. Für uns geht es nicht weiter. Okay. Schön den Felsen bitte ausweichen. Okay, komm her. Leg dich mit mir an. Oder lieber nicht. Können wir denn hier hoch? Gibt es noch etwas Tolles hier? Komm mir irgendwie bekannt vor. Oder irre ich? Ich irre. Ich bin ja auch irre. Verdammt. Okay, wir haben genug Energie. Das sieht nicht sehr toll aus, was ich hier mache. Okay, keine gute Idee, hier lang zu gehen. Hier gibt es nämlich nichts. Übrigens, auf den Y-Knopf mit dir. Ein faires Zauber. Ich denke, das bleibt das ganze Spiel über da, weil das brauchen wir immer mal wieder. Macht für meine Begriffe dort am meisten Sinn. Muss schon mal genau mich umgucken, wo diese Platten sich geebnet haben. Wahrscheinlich eine Etage höher. Ja, äh. Fox. Wow. Schießen die mich jetzt schon ab? Warum nicht die ganze Zeit? Nur weil jetzt auf einmal das Ding da ist? Fangt die an zu schießen, oder was? Dass ich rüber kann. Muss ich jetzt noch einen besiegen? Natürlich. Und dann gibt sie auf die Nuss. Ich sag's dir. Ich wurde auch mal aufgefordert, den Control-Stick zu drehen. Kommt aber nichts anderes bei raus. Wenn man den nach oben hält, kann man auch so eine blöde Combo machen, aber... Boah. Reichlich Ideen los. Hallo. Ich seh ein X. Verdammt. Ich bin nicht mehr so gut. Wow. Und das bewirkt... Das ist ja extrem. Ich bin stolz auf mich. Ich werde jetzt den Felsen abknallen. Oder auch nicht. Okay, weiter nach rechts können wir nicht. Wir können nicht nach oben, wir können nicht nach unten. Da haben wir noch sowas. Ist aber nicht so weit weg. Ja, cool. Cool, 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 cool. Das macht mir aber gerade so Spaß. Ich will noch mehr machen. Okay, whatever. Das war scheinbar ein ganz normaler Weg ganz unten. Deswegen, wie kommen wir aber vom schnellsten Weg nach unten? Genau. Das ist aber schon tief. Das ist aber schon tief. Geronimo! Ach, wir können gar nicht so gut springen, Mensch. Spring! Verdammt. Das wird aber mit relativ wenig Schaden. Ah, da. Da müssen wir lang. Komm, mach einfach. Hallo, Tricky! Stimmt, der wartet die ganze Zeit auf uns. Und what the hell? Teleportation? Holen wir uns. Ja, das war die Energie, die wir brauchen. Teleportation. Stimmt. Zum Ahnenstein müssen wir immer durch so Dinger. Das heißt, wir nähern uns dem. Who the fuck is Galdon? Da es hier aber ziemlich riesig aussieht, befürchte ich das Schlimmste. Äh, nein, 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 nein. Du bist es nicht. Der hat den Ahnstein in der Hand. Und wenn ich draufklopke, draufkloppe, Okay, cool. Hm. Lanzensprung vielleicht. Tricky? Du hast gesagt, hier wäre was, man. Komm mal her. Ach, ist doch logisch. Feuer. Oh Gott, wollen wir das wirklich tun? Tricky, wo bist du denn? Schoßhündchen. Hallo. Oh Mann, ey. Sollen wir das wirklich tun? Naja, wir haben keine Wahl. Ich bring mich in Sicherheit. Er hat den Spellstone. Na toll. Du bist also Galdon, ja? Ich kenne sympathischere Leute. Ja, natürlich. Okay, cool. Ich freue mich. Tricky, kannst du was machen? Kannst du den nicht übernehmen, den Postkampf? Okay, auf geht's in den Nahkampf, oder lieber nicht? Ähm, Slippy, hallo. Wie wär's, wenn du antrittst? Du musst in seinen Magen? Seine Schwachstellen leuchten hell. Triff sie und warte ab, was passiert. Ach, toll. Man sieht es ja so schön im Intro. Den Kerl. Ja, dann friss mich halt. Der will mich nicht fressen. Ich bin doch viel zu pilzig. Also, okay, ich hab irgendwas Cooles getroffen. Hä? Friss mich. Okay. Hier ist alles andere als schön drin, aber da haben wir den Arnstein. Wenn wir den jetzt verkloppen, können wir dann siegen? Oh, 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 ich wusste, das war noch nicht alles. Total schade. Vor allen Dingen haben wir fast keine Magie mehr. Das ist reichlich blöde. Da vorne ist die nächste Blume. Tja, aber das scheint eine relativ einfache Taktik zu sein. Komm her. Er leuchtet grün. Komm. Ja, so kann man seine Energie und seine Magie auch loswerden. Okay, wo gibt's wieder Magie? Nirgends, hä? Da. Gott sei Dank, das brauchen wir jetzt. So wenig! Meine Herren! Wen hältst du dich? Okay, los geht's, komm! Wie machen wir das am besten? Irgendwie ist er mir total komisch, der Gegner. kommt, verschluck mich einfach. Als ob diese kleinen Dinger irgendwas anrichten könnten. Gar nichts können die. Ach, komm dann. okay, das ist nicht von Erfolg geprägt, was ich hier versuche. Was soll ich denn machen, verdammt? Ich hab keine Ahnung. Energie und Magie sind stark in Mitleidenschaft gezogen worden. also bei diesem Bossfight versagen mir jetzt irgendwie die Nerven. Aus der einfachen Begründung, ich hab keinen Nerv für diesen Bosskampf. was muss ich ihn irgendwie hinter die Bühne bringen, über die Bühne bringen. Hinter, was soll denn der hinter der Bühne? Krumm. Ich denke, das ist eine verundbare Stelle, Mensch. Da müssen wir halt warten und wenn er so Ich versteh gar nichts. Komm, komm, komm. Ich glaub, das geht doch nicht. Jetzt schlage ich schon Tricky. Irgendwie hab ich die Schnauze voll. Was soll der Scheiß denn? Die Pilze schlafen sehlen ruhig, ist ganz klar. Komm, Nahkampf. Und verschluckst du mich nicht einfach wieder? Was soll ich denn sonst attackieren? Was haben wir denn? Ein Dinohorn, Lanzensprung. Der findet auch nur die Pilze. Ich hab keinen Bock mehr. Da bin ich ganz ehrlich. Ich speichere ab und weiter geht's im nächsten Part. So ein Blödsinn. Wie in derinstant Das war mal Wie in derzeit ein Blödsinn. Was mein